Musik Sie müssen mir helfen. Ich war schon überall. Rotes Kreuz, Amnesty, Christliche Kirche. Sogar Minister habe ich geschrieben. Frau Koslova, eine Minute noch, bitte. Okay, schnell. Wo sitzt er? Wie heißt er? Murat. Er ist ein Lamm, wissen Sie? Wo? Die Adresse? Mit U. Hab ich vergessen. Fuhlsbüttel, ja? Nein, auf dieser Insel. Insel? Hier, sein Brief. Da ist Adresse. Kampf X3. Frau Koslova, bitte verschieben Sie das Telefon. Ja, Mutter Rabie betrat mein Büro und wollte ein Profi beauftragen, ihren Sohn so schnell wie möglich aus Guantanamo zurückzuholen. Sie hat es selbst probiert, hat 6, 7, 8 Monate alle Behörden kontaktet, nirgendwo richtige Hilfe gekriegt und dachte sie, okay, jetzt gehe ich zu einem ausgewiesenen Anwalt, dann wird der Sohn ja in drei Wochen wieder da sein. Also diesen Zahn musste ich ja erstmal ziehen. Es war natürlich deutlich komplizierter und hat leider auch sehr lange gedauert. Das lag eben daran, dass die Ausgangssituation maximal kompliziert war. Präsident Bush hatte sich ja herausgenommen, nach diesen monströsen Verbrechen von 9-11 entgegen dem internationalen Recht und entgegen dem amerikanischen Verfassungsrecht den Stecker des Rechtsstaats zu ziehen und die Leute, die für 9-11 verantwortlich gehalten werden, komplett rechtlos zu stellen, ihnen die Verfahrensrechte zu nehmen und sogar zu erlauben, sie foltern zu dürfen. Also man hat sie rechtskulturell wie Vogelfreie im Mittelalter behandelt. Das war die Situation, mit der wir konfrontiert waren. Murat befand sich in einem künstlichen, rechtsfreien Raum. Ein ganzes Handwerkszeug, welches ich als Anwalt habe. Wenn ein Mandant inhaftiert wird, dann darf ich den besuchen, dann bekomme ich eine Akte, dann bekomme ich das Belastungsmaterial, dann habe ich die Möglichkeit, einen Haftprüfungsantrag zu stellen, zeitnah eine gerichtliche Überprüfung zu bekommen, ob jemand schuldig ist, ja oder nein. Das alles war geschrottet, mein ganzes Handwerkszeug entwertet. Das war die Situation, ein rechtsfreier Raum. Wir wussten gar nicht, wo wir ansetzen konnten, weil wir auch gar keinen Ansprechpartner hatten. Es gab keine Staatsanwaltschaft, kein Gericht, gar nichts. Und dazu kam, dass wir völlig alleine waren. Nach 9-11 war es eben so, einen Jungen zu vertreten, der in den Verdacht gerät, irgendwas damit zu tun zu haben. Und es hat sich ja hinterher herausgestellt, dass es alles Gerüchte waren, dass er tatsächlich unschuldig war. Aber so einen Menschen zu vertreten damals, war nicht unbedingt populär. Wir sind auch von den Medien geschnitten worden. Herr Kurnatz ist als Bremer Taliban bezeichnet worden. Und für einen Anwalt dann so ein Mandat zu übernehmen, mit einer sehr geringen Erfolgsaussicht, mit einem sehr mächtigen Gegner, eigentlich dem mächtigsten Mann der Welt, dem amerikanischen Präsidenten auf der Gegenseite, einem rechtsfreien Raum, wo man gar keine richtigen juristischen Ansatzpunkte hat und ohne mediale Unterstützung, sondern quasi auch gegen die Öffentlichkeit. Das war natürlich unglaublich kompliziert, aber ich habe mich entschieden, diesen Fall ohne Zögern anzunehmen, weil es letztendlich um die Essenz des Rechtsstaats geht, nämlich faires Verfahren für jeden, egal was jemandem vorgeworfen wird und keine Folter. Das ist das Minimum, für das wir uns einsetzen müssen. Darum ist es mir gegangen. Murat, steh auf oder ich schneide einen Bart ab. Wir müssen Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn nach Guantanamo verbracht wurde. Was ist das? Ist jetzt die offene Tür? Hier soll ein Taliban wurden. Was? Das wüsste ich aber. Ich bin Rabie, Mama von Murat. Wenn Sie Fragen haben, antworte ich. Und gehen Sie runter vor mein Schneeglöckchen, ja? Entschuldigung. Echt jetzt? Na, da es eben keinen etablierten Rechtsweg gab, habe ich mich natürlich an die Politik gewarnt mit der Bitte um Unterstützung. Die türkische Seite, also Murat hatte ja einen türkischen Pass, obwohl er in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist. Die türkische Seite hat gesagt, das ist ein deutscher Fall. Der hat ja mit der Türkei außer dem Pass überhaupt nichts zu tun. Der hat auch keinen Militärdienst bei uns gemacht. Der hat nichts gemacht für die Türkei. Warum soll sich die Türkei jetzt für ihn einsetzen? Das war so das türkische Mantra. Und die deutsche Seite hat gesagt, die Amerikaner lassen uns den Fall gar nicht verhandeln, weil er die türkische Staatsangehörigkeit hat. Und von daher gab es auch von Seiten der Politik keine Unterstützung. Und dass die Deutschen gesagt haben, die Amerikaner lassen uns diesen Fall nicht mit sich verhandeln, weil sie eben darauf hinweisen, der ist ja Türke und kein Deutscher. Das ist eine Lüge gewesen. Ich bin hintergangen worden, weil die Deutschen von Anfang an mit den Amerikanern in diesem Fall zusammengearbeitet haben. Das haben wir erst sehr viel später herausbekommen. Es war so, dass die Amerikaner den Deutschen erlaubt haben, im Herbst 2002 Kornas in Guantanamo zu besuchen. Der ist zwei Tage lang vernommen worden. Und die deutschen Experten, die dahin gereist sind, kamen zu dem Ergebnis, Kornas ist unschuldig, Kornas ist ungefährlich. Und die Amerikaner haben den Deutschen damals gesagt, wir wollen ihn in Kürze, da wir zu demselben Ergebnis gekommen sind, dass Kornas kein Sicherheitsrisiko ist und der durch Naivität zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen ist, wir wollen ihn nach Deutschland überstellen. Wir wollen ihn hier loswerden. Und dann passiert etwas, was mich unglaublich geschockt und wahnsinnig geärgert hat, statt dass die Bundesregierung diese Chance am Wickeln nimmt und diesen Jungen aus Folter und Entrechtung zurückholt. Was immer er getan haben mag, selbst wenn er sich in irgendeiner Weise an kriminellen Dingen beteiligt haben sollte, was er ja, wie wir heute wissen, nie getan hat, hätte man die Chance greifen müssen, ihn aus Guantanamo, aus Folter und Entrechtung rauszuholen, dann hätte man das hier vor Gerichten in fairen Verfahren klären können. Aber zu sagen, wir helfen nicht, weil er halt den falschen Pass hat, das ist inhuman, das ist amoralisch gewesen und das ist einfach eine bodenlose, schamlose und letztendlich für Kurnatz auch furchtbare Entscheidung gewesen. Und nicht nur das, sie haben nicht nur geholfen, ihn rauszuholen, sondern sie haben dann eine Strategie entwickelt, Herrn Kurnatz als juristischen Fall zu entsorgen, die Verantwortung Deutschlands quasi ad acta zu legen, indem man ihm die Aufenthalts- und Rückkehrrechte entzieht. Mit dem schäbigen Argument, der war ja länger als sechs Monate außerhalb Deutschlands, ohne seine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Und da er keine Verlängerung beantragt hat, entfällt automatisch das Aufenthalts- und Rückkehrrecht, also sind wir ihm los. Dagegen haben wir dann vor dem Verwaltungsrecht geklagt und glücklicherweise auch gewonnen, weil die Richter dann auch nachvollziehbar gesagt haben, der war nicht freiwillig in Guantanamo, der ist mehr oder weniger entführt und gekidnappt worden und dahin verschleppt worden. Der hatte gar keine Möglichkeit, einen Verlängerungsantrag zu stellen und deshalb ist die Entziehung der Aufenthalts- und Rückkehrrechte rechtswidrig. Diejenige Institution oder das Gremium, was maßgeblich dafür gesorgt hat, dass Kronatz nicht nach Deutschland zurückkommen sollte, war die sogenannte Kanzleramtsrunde. Da sitzen der Chef des Bundeskanzleramtes, damals Herr Steinmeier, sowie die Spitzen der Sicherheitsdienste zusammen und beraten wöchentlich oder zweiwöchentlich die aktuelle Sicherheitslage für Deutschland. Der Fall Kronatz wurde da im Oktober 2002 verhandelt und diese Runde hat dann unter Leitung von Frank-Walter Steinmeier entschieden, wir wollen Kronatz nicht zurück. Es erfolgte dann ein Auftrag ans Bundesinnenministerium, damals unter der Leitung von Otto Schily. Und dort im Bundesinnenministerium hat der spätere berühmt-berüchtigt gewordene Hans-Georg Maaßen als Verantwortlicher dann die Strategie entwickelt, Kronatz die Aufenthalts- und Rückkehrrechte zu entziehen. Ja, bis zur Freilassung hat mich der Fall eben fünf Jahre unter Strom gehalten. Es gab viele Tiefpunkte, aber auch schöne Momente. Zu den Tiefpunkten gehört ganz sicherlich zu erleben, dass im 21. Jahrhundert der amerikanische Präsident quasi die Rechtsordnung negiert und entgegen dem geltenden Recht mittelalterliche Verhältnisse schafft. Weiter ist an Tiefpunkten zu nennen, was mich auch mit am meisten geschmerzt hat, die fehlende Unterstützung, ja quasi die gegenläufige Arbeit der Bundesregierung, die ich eben skizziert habe. Was an positiven Dingen zu erwähnen ist, dass wir eine unglaublich tolle professionelle und auch finanzielle Unterstützung durch die amerikanischen Bürgerrechtsorganisationen bekommen haben und deren Anwälte, die haben die ganzen Prozesse und Verfahrenskosten in den USA bezahlt und übernommen, unsere Reisekosten übernommen. Es gab Unterstützung durch die einen oder anderen Hollywoodstars zu nennen, vor allen Dingen Vanessa Redgrave. Und was mich auch gefreut hat, war, dass die Gerichte, also alle Gerichtsentscheidungen, die wir herbeigeführt haben, waren letztendlich zu unseren Gunsten. Gerichte sind nicht eingeknickt vor dem großen Druck der Exekutive, den es in diesem Fall gab. Und schließlich hat mich mit am meisten gefreut, dass der junge Murat Konerts in Guantanamo nicht gebrochen wurde. Dass er als Mensch zurückkam, der zwar gezeichnet war von der Folter und der Entrechtung, der aber nicht so seelisch und körperlich entkernt und kaputt gemacht wurde, dass er danach nicht noch ein schönes Leben hat finden können. Die meisten Menschen, die durch Folter gehen, können nicht mehr heimisch werden, heißt es. Auf den Kronatz trifft das glücklicherweise nicht zu. Der hat durch seine körperliche Stärke, durch seinen festen Glauben, dort irgendwann rauszukommen, weil er sich dort am falschen Platz wähnte in Guantanamo. Und durch eine sehr warmherzige Familie, die ihn wieder aufgenommen hat, eben eine Situation gehabt, wo er das durchgestanden hat. Geholfen hat ihm sicher auch, dass er in Guantanamo nicht alles mitgemacht hat, sondern auch widerspenstig und widerborstig war. Er hat kein falsches Geständnis abgelegt. Er hat da ein Stück weit seiner Würde behalten, soweit das unter solchen Bedingungen überhaupt möglich ist. Und mittlerweile lebt er in Bremen, ist neu verheiratet, hat drei kleine Töchter, für die er sollt, hat einen festen Job. Wir haben unzählige Veranstaltungen miteinander bestritten. Er hat als Zeuge vor diversen Parlamenten ausgesagt, beim Bundestag, in Bundestaguntersuchungsausschüssen, im Europaparlament, im Europarat, vor dem amerikanischen Kongress. Und er ist als Menschenrechtsbotschafter für Amnesty unterwegs gewesen, bis nach Japan. Also er hat seine Geschichte erzählt. Er gehört zu denen, die auch gerne und viel darüber geredet haben. Das hat ihm sicher auch geholfen, diese Traumata zu überwinden. Andere, die aus Guantanamo entlassen wurden, sind komplett verstummt. Das ist bei ihm zum Glück nicht der Fall. Also wenn ich das alles zusammenziehe, es gab viele bittere Momente. Vergessen habe ich aufzuzählen, die sogenannte Scheinfreilassung war ein Tiefpunkt. Es gab auch schöne Momente. Und wenn ich es für mich persönlich zusammenfasse, ich habe erstmals erlebt, wie das ist, wenn die rechtsstaatlichen Sicherungen, die wir hierzulande haben, wenn es die nicht mehr gibt, was für furchtbare Verhältnisse wir hätten. Und ich habe das, was ich immer selbstverständlich wahrgenommen habe, hierzulande, dass ich jemanden, der inhaftiert ist, gleich besuchen kann. Dass ich ihn über Haftprüfungstermine frühzeitig aus der Haft rausholen kann, wenn die Haftgründe eben nicht reichen. Dass ein Richter einen Haftbefehl überprüft oder den Tatverdacht, den die Staatsanwaltschaft aufbaut, überprüft. Das sind alles Dinge, und dass selbstverständlich nicht gefoltert wird. Das sind alles Dinge, die ich immer als selbstverständlich, als gegeben und als sicher für immer angesehen habe. Und in dem Moment, wo man einmal erlebt, dass das keineswegs sicher ist und dass es gesellschaftliche Zuspitzungen und Situationen geben kann, in denen diese Sicherheiten eben nicht existieren, das ist auf der einen Seite furchtbar, auf der anderen Seite lernt man dann den Wert und die Bedeutung dieser zivilisatorischen Errungenschaften ganz anders und neu kennen. Also ich habe diverse Mandanten mit einem türkischen Migrationshintergrund gehabt. Und von daher war ich mit dieser Szene ein Stück weit vertraut. Aber dass ich so richtig in die Familie einbezogen wurde, das ist in diesem Fall besonders gewesen. Üblicherweise, wenn ich Mandanten, die angeklagt sind, verteidige, dann habe ich zu ihnen ein Verhältnis, wo ich ihnen für diese Fragestellung, um die es da geht, helfe, wo wir zusammenarbeiten, wo ich aber auch ein Stück weit professionelle Distanz wahre, wo wir also dann nicht Freunde werden, wo wir also nicht irgendwie eine engere Beziehung aufbauen. In diesem Fall ist das eben anders gewesen, weil der Fall einmal eben sehr lange ging, er sehr intensiv war, er sehr viele Gefühle berührt hat. Und weil ich einfach auch in dieser Mutter eine Person gesehen habe, die mich beeindruckt hat, die ein ganz, ganz tiefes, unvorstellbares Leiden durchlitten hat. Die Vorstellung, dass das eigene Kind tagtäglich gefoltert wird und man nicht helfen kann, das ist unerträglich. Ich glaube, wenn man keine Kinder hat, kann man sich das gar nicht vorstellen, so eine Situation. Und diese Mutter musste aber funktionieren, weil sie noch zwei andere, kleinere Jungs zu versorgen hatte und weil sie für die Familie auch da sein wollte. Und wie Rabia das geschafft hat, mit ihrer Lebensfreude, die sie eigentlich hat, mit ihrem Humor, mit ihrer Energie. Die Schauspielerin, die sie spielt, Meltim Kaptan, hat sie als Stehaufweibchen bezeichnet. Das ist genau treffend. Also Rabia ist eine Person, die es einnehmend, die hat eine Ausstrahlung, wo man gerne auch etwas erwidert und wo sich dann der Panzer der professionellen Distanz auch sehr schnell auflöst. Was meine Beziehung zu der Mutter angeht, ist es sehr authentisch, also sehr nah dran an dem, wie es wirklich gewesen ist. Es gibt Dinge im Film, die sind eben fiktional. Zum Beispiel die Geschichte, wie sie zu mir gekommen ist und meint, sie würde mich aus dem Telefonbuch kennen. Ganz, ganz so war das nicht. Sie hatte sich Empfehlungen eingeholt und mitbekommen, dass ich gewisse Erfahrungen mit den USA habe und auf Strafrecht spezialisiert bin. Der Konflikt, den der Film im Büro zeigt, dass mir von Kollegen gesagt wird, mach das nicht, warum willst du einen verteidigen, der unseren Rechtsstaat fundamental ablehnt. Diesen Konflikt hat es nicht gegeben. Bei mir im Büro waren alle fest der Überzeugung, das musst du machen und da musst du auch dranbleiben. Aber der Film, was die eigentliche Fallgeschichte angeht, ist ziemlich nah dran an der Realität. Der rote Faden wird richtig entwickelt. Aber es ist natürlich so, dass in fünf Jahren viel mehr Dinge passieren. Die kann man gar nicht alle auf zwei Stunden Film komprimieren. Insofern musste der Film sich auch beschränken auf das Wesentliche oder auf das Typische. Und was heißt Rabi, Kunas, Foyz, George W. Bush? Dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klarst. Wer? Ich? Ja, du.